Hallo Moana, ein Zwangerspräch. Hallo? Was ist denn, was ist denn? Oh mein Gott. Warte mal, ich hatte viel schlecht. Okay, warte. Hast du mich jetzt besser? Ja. Okay. Schauen wir mal. Also, hallo Moana, ein Zwangerspräch. Hallo. Mich als du dir vielleicht kurz einmal vorstellst. Ja, ich bin die Leni, ich bin 24 Jahre alt. Ich habe 2018 maturiert und bin jetzt bei der Polizei. Okay. Du bist ein Tag in Stärganger, stimmt das? Ja, genau. Und welchen Rat würdest du deinem 18-Jährigen Ich heute geben? Ja, also ich würde im Grunde alles genau so wieder machen, wie damals. Vielleicht hätte ich mir gesagt, dass ich mich ein wenig mehr reinknieren soll in meinen Lernen. Okay. Findest du, dass dir die Hack irgendwas für deinen Beruf gebraucht hat oder eher nicht? Ja, also was mir auf jeden Fall geholfen hat, überhaupt im Beruf von der Polizei, ist das Zehnfingersystem, sage ich jetzt einmal. Also das Schreibmaschinen schreiben, das brauchen wir in unserem Beruf eigentlich täglich. Und das hat mich in der Hack auf jeden Fall weitergebracht. Okay, cool. Und hat es sonst irgendein Erlebnis in der Hack gegeben, was deinen Lebenslauf irgendwie beeinflusst hat in irgendeiner Art und Weise? Ich muss ja kurz überlegen. Ereignis. Nein, nicht so wirklich eigentlich. Okay, ja. Ist kein Problem. Ja, genau. Und jetzt kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Und zwar, dürfen wir das Interview veröffentlichen? Ja, das kann gerne veröffentlicht werden. Okay, passt. Super, danke, dass du dir Zeit genommen hast für das kurze Interview. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, ebenso. unhappy. Ich wünsche dir.